Herzlich Willkommen hier in der Brasserie Colette von Tim Rauhe in Konstanz. Mein Name ist Van Hungen-Gyren, ich bin der Königchef hier. Unsere Küche ist klassisch französisch angehaucht, aber auch den asiatischen Einflüssen von Tim Rauhe. Also die Gerichte an sich sind klassisch französisch, aber mit der Handschrift von Tim Rauhe mit süß, sauer, scharf. Ich war schon vor der Brasserie Colette hier im Gebäude. Das Gebäude an sich ist Tertianum. Brasserie Colette ist seit acht Jahren bestehend. Ich bin seit zehn Jahren hier im Haus und davor war ich auch hier in Konstanz im Inselhotel Steigenberger und da davor im Ausland in Spanien unterwegs. Mit Frischparadies arbeiten wir tatsächlich schon länger, auch länger als die Brasserie gibt. Was ich super finde, dass die Ware sehr frisch ist, wie die Garnele, dass die keine Antibioca enthält, etc. Das Signature-Disch, was wir permanent drauf haben, ist die Garnele Mauka. Garnele Mauka ist einfach eine Garnele in Tempur-Teig ausgebacken, dazu serviert mit Vadova, Mayonnaise, Pistazien und Litchi in Rosenwasser eingelegt. Wenn ihr gerne gut essen wollt, kommt gerne ins Brasserie Colette, ihr seid herzlich willkommen.